Salvi Im Saarlouiser Stadtteil Picard kam es am heutigen Freitagmorgen, 13. Januar, zu einem Überfall auf einem Geldtransporter. Demnach meldeten, um kurz vor 8 Uhr, mehrere Zeugen zunächst Schüsse und dann eine heftige Explosion, dabei soll auch ein Geldtransporter in Flammen aufgegangen sein. Das Fahrzeug wartete offenbar gerade vor dem Einfahrtstor eines Dachdeckerbetriebs, als die Mitarbeiter überfallen wurden. Laut Saarbrücker Zeitung wurden mehrere maskierte Männer gesehen, die anschließend mit einem schwarzen Audi flüchteten. Dabei sollen diese ins Nachbarland Frankreich geflüchtet sein. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Die Täter schienen sich zunächst weiterhin auf der Flucht zu befinden. Ob sie eine Beute meck. Seite Untertitelung des ZDF für funk, 2017